Wow, das ging schnell. Woche 1, Tag 3. Es ist wieder soweit, so gesehen. Es geht einen Tag weiter in unserer Folge jetzt hier. Ich bin mittlerweile schon im Ranking, oder was heißt im Ranking? Ich bin jetzt hier mittlerweile schon auf 8 aufgestiegen. Jetzt liegt ein Glückwunsch mir. Dankeschön. Wie sieht denn die Bestenliste aus? 257.000 bin ich jetzt immer noch auf den Rang. Hat sich da irgendwas geändert? Bin ich jetzt aufgestiegen? Weiß ich gar nicht. Ich müsste mir das Intro nochmal ansehen. Da habe ich ja mal in die Bestenliste reingeguckt. Da bin ich aber auch nur bis 78 gekommen, von dem wir vielleicht kriegen wir hin, dass wir es noch ein bisschen verbessern können. Ich will aber nicht schon wieder Damm machen. Hier, Bildstadt. Bildstadt will ich haben. Nein. Okay. Dann halt wieder der Damm drauf. Boni, ich nehme mir im Moment noch keine mit, weil die sind so gesehen, die sind weitaus wichtiger dann, wenn man mehr Leute hat und mehr Punkte braucht. Da bringt es dann weitaus mehr. Frisst der gerade sein Mikrofon? Oh, der schickt, der sich das in den Hintern? Was macht der da? Oh Mann. Oh Mann. Die sagen sich, ach komm, scheiß drauf. Wir verzichten auf den Extramann. Wir fangen einfach direkt mit vier Leuten an. Das heißt, irgendeiner konnte sich leider nicht verbinden. Das ist natürlich toll. Naja. Ach, guck an. Ab der nächsten Runde sind wir dann wieder zu viert. Das ist wenigstens etwas. Schnell was zusammenbauen. Das kann man machen. Zumindest eine Rauchgranate. Das ist besser als gar nichts. Medikit, ach komm. Machen wir das auch gerade, weil wir so lustig sind. Den Rest können wir ja noch nicht. Kennen wir ja schon. Und da zumindest sind wir alle drei zusammen. Das ist besser als gar nichts. Und der erste ist schon wieder raus. Ja wunderbar. Wie die benutzen Rauch? Die Schweine. Können sie nicht machen. Maria auch. Bumm. So, jetzt sieht er nämlich nichts. Jetzt kann ich da ohne Probleme hinwenden. Und dann entscheide ich mich dann doch lieber ganz schnell wieder zurückzurennen. Weil es da noch ein paar mehr Leute sind. Ah, guck an. Da hinten hängen sie zu zweit. Na super. Hier, komm. Ich komm jetzt eh schon, aber... Naja, toll. Wenigstens konnte ich einen töten. Wollen wir halt nix. Ach, scheiße. So, jetzt sind wir aber zu viert. Das heißt, diese Runde wird hoffentlich besser. Schnell Klamotten sammeln. Oh, die Machete ist da. Hier alles einsacken. Schnell das Medikit einnehmen. So, und der erste ist da schon unten. Rauch. Okay, fertig. Und der verzieht sich wieder. Der rennt zurück. Das heißt, dieser Punkt ist auf jeden Fall frei. Und warum rennt der da hin? Das war doch klar. Ja, super. Komm, dich verarzt dich schnell. Der erste von uns ist tot. Weil er sich dachte, mach lieber einen auf Rambo und geht alleine durch die Gegend. Das war ganz schlau. Und hat auch schon wieder das Spiel verlassen. Oh, ganz toll gemacht. Kann ich irgendwas Schönes herstellen? Ja. Oh, fein. Genau das, was ich brauche. Rauchgranate. Und da kommt. Scheint ruhig zu sein. Auch hier ist alles ruhig. Schnell ans Versorgungspäckchen. Nee, 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 nee. Molly. Wir brauchen Molly. Okay, fertig. Okay, fertig. Ja, ich weiß. Ich kann jetzt eine Rüstung holen. Das will ich aber noch nicht. Okay. Das mache ich vielleicht später. Okay, er hat einen gesehen. Er hat nicht nur einen gesehen, er hat sogar... Oh! Ja, ich bin zurück. Ja, Attacke! Du Scheiße! Scheiße! Der war doch gestunt. Warum konnte der schneller schlagen wie ich? Och, fuck. Und das war's. Und das war's. Oh! Mit dem denn? Ach, der ist am Leggen! Na! Dann wird der jetzt wahrscheinlich rausflicken. Naja, der Tod ist jetzt eigentlich auch egal. Ja, jetzt haben wir ein Vier gegen Drei. Das sollten wir jetzt auch hinkriegen. Also wenn nicht, dann ist das langsam peinlich hier. Was brauche ich denn? Ich brauche jetzt auf jeden Fall die Machete und auch die Rüstung. Ich hätte mir vielleicht doch lieber erst Dingels holen sollen. Lieber erst die 9 Millimeter weiter upgraden. Sollte ich auch machen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Alles einsacken. Oh! Nur eine Minute. Machete verbessern. Rauchbombe. Medikit. Medikit. So. Jetzt sieht's schön aus. Damit kann man was machen. Fertig. Ausreiten. Oben ist sauber. Unten ist sauber. Medikit. Wo haben die sich versteckt? Ah, guck an. Da kommt einer angelaufen. Zwei. Da hinten. Komm, ich verarzt dich hier erstmal. Wenn der jetzt hier einen Molli reinschmeißt, sind wir alle drei tot. BAM! So, den müsste ich jetzt aber erwischt haben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nein! Der war ja ganz schlau. Scheiße. Ach, Schande. Naja, was soll's. Ich brauch Becker. Fertig. Ausreiten. Immerhin haben wir die Runde gefunden. So. So, ich mein im Ballsturm war das nur, weil ich mich erfolgreich rein suiziden wollte, damit die Leute halt seit dem Termin in den Kiel kriegen. Mann, bin ich nett. Oder auch total verplant. Das ist jetzt Ansichtssache. Gut aufpassen. Hey, hier drin. Ich brauch Deckung. Scheiße. Haben uns schon entdeckt. Messer, Rauch und Heilung. Und letzter Upgrade. Machete kann ich noch nicht. Die Rüstung habe ich noch. Bis auf den Brustpanzer. Der ist weg. Ist natürlich jetzt toll. Wenn ich sage, ich möchte jetzt eine neue Panzerung haben, muss ich die mir komplett neu kaufen. Jetzt natürlich ganz toll. Der ist hinter mir gerannt. Das heißt... Warte, ich helfe dir. Au. So, es kommt. Hier. Steh auf. Warte, 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 warte. Einmal verarzten. So, und dann beleben wir gleich den zweiten wieder. Den verarzen wir natürlich auch. Wenn er nicht abhaut. Oh, der Blödmann verarztet sich selber. Vertauschen will ich die Sachen aber nicht. Medikett nochmal ein neues basteln. Die werde ich wahrscheinlich eh nicht alle aufbrauchen können. Pasch. Guck an, der hat von nach oben geschossen. Oh. Ich seh ihn nicht. Nö. Alles frei. Auch hier. Ich muss schon mal die Rauchbombe nehmen. Die werden nämlich hier oben irgendwo sein. Ja, die ganzen Kram mit den Nagelbomben können wir jetzt auf jeden Fall eine bauen. Muni oder Rüstung? Nichts. Die Punkte hebe ich mir lieber für die nächste Runde auf. Wer weiß, vielleicht kann ja die nächste Runde nämlich auch schon die letzte sein. Im Moment sieht es auf jeden Fall nach einem Unentschieden aus. Zwei Leute sind noch von denen da. Ja, okay. Ja, okay, das ist jetzt voll. Das kann ich nicht mehr mitnehmen. Wo sind sie? Okay, da vorne hat es gerade eben jemanden zerlegt. Da war einer. Sehr schön. So, alle da. Komm, nochmal ein bisschen verarbeiten, damit es noch ein paar Punkte gibt. Ach, guck an, der ist da hinten. Wo bist du, du Schwein? Ich werde die Granate einen Kopf hämmern und die Heimleuchten. Oh, Alter, Pissenhasen. Wo bist du hin? Zeig dich. Da. So, diese Runde haben wir jetzt aber erfolgreich hinter uns gebracht. Wir sagen mal, wieder ein 4 gegen 4. Na, schön. Das heißt, wir werden wahrscheinlich diese Runde hier glorreich verlieren. Rüstung. Muni. Okay, fertig. Und der erste von uns, der stirbt jetzt schon glorreich. Und einer von uns scheint AFK zu sein. Das ist natürlich ganz toll. Sowas liebe ich ja. Fertig. Ausrücken. Das heißt AFK, AFPet. Kann man eigentlich... AFP ist der. So. Dieses, einmal jenes. Fertig. Ausrücken. Warum ist der da hinten am Laufen, der Blödmann? Ist ja gar nicht auffällig. Sieht im Moment ruhig aus. Das heißt, wir können eigentlich ohne Probleme alles einsacken. Jupp. Das war klar. Okay, fertig. Halt auf mich. Oh, Mini-Kid. Mitnehmen. So, auf jeden Fall schon mal angeschlagen, der Bubi. Hab dich. Hunde gewonnen. Ja, ich hab den letzten Kerr plattgemacht. Warum? Ja, ich sterbe auch vor Freude. Ich hoffe mal, dass ich ein... ...plattgemacht habe. Drei gegen drei. Das ist jetzt scheiße. Aber zumindest sind wir jetzt hier auch eher in Führung. Das ist besser als nichts. Los, komm, 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 komm. Einsammeln. Nur eine Minute. Können auch zwei sein. Geh zurück! Du bist alleine, du Arschnase! Ah, okay. Das heißt, der ist da am... ...dingens... ...or ist der hochgelaufen? Na, der ist hochgelaufen. Der hat sich... Ach, guck an! Oh, 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 oh! Hallo! Danke. Schnell, 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 schnell! Die Tante kommt nämlich gleich von rein. Jetzt schnell... ...hier hin, da helfen. Ich hoffe, die hat keinen Molli. Ich helfe dir. Du bist okay. Schnell verarzten. Tü, 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 tü. Wow. Das war's! Scheint down zu sein. Medikit? Medikit! Verharzten! Neue Rüstung kann ich nicht. Ach komm! Ich brauche Munition hier! Ohne Ende! Was machen die da? Nein, was macht ihr nicht sterben? Ja, Arschnasen! No, ich bin weg! Bum! Überraschung! Ja, du scheiß Pissjäger! Okay, einer ist noch da. Einer gegen einen! Einer gegen mich! Ja, schöne Scheiße. Ah! 41 Schuss! Das sollte reichen! Aber auf jeden Fall mehr als genug jetzt. Aber wer weiß, wo der sich gerade versteckt. Das sind jetzt auch die letzten Sekunden. Nein! Kack! Och Mann! Weck mich doch am Arsch! So, letzte Runde. Es steht unentschieden. Diese Runde heißt alles oder nichts. Ich hätte natürlich jetzt auch auf dem Unentschieden spielen können. Wäre eigentlich auch besser gewesen, so gesehen. Ich kriege das doch eh nie alleine hin! Ich bin alleine so scheiße! Es hat bisher nur ein Game gegeben, wo ich dann wirklich von den restlichen vier Mann, die noch übrig waren, drei ausgeräuchert habe. Däh! Aber naja. Das Game ist auch nachher mehr schlecht als recht gelaufen. Aber jetzt konnte ich zumindest ein Unentschieden rausholen. Oh! Scheiße! Da vorne ist es schon einer. aufgeräuchert! Oh Mann! Jetzt hau er nicht ab! Bams! So, Nummer eins ist raus. Hab dich! Schnell wiederbeleben. Wurde ehrlich gesagt. Mal ein bisschen heilen. Oh! Ja! Das heißt, ich kann... Grüß dich! Okay, fertig! Ja! Ich bin ein Panzer! Kein Schwein kann mich töten tun! Kommt her! Die Arschnasen! Ich werde euch alle eigenhändig umprügeln machen! Wo sind denn die? Nein! Vielleicht werde ich auch doch nicht eigenhändig alle töten. Was machen wir denn? Schön! Hallo! Wiederbeleben! Belebst du die wieder? Ich brauche Medizindeckung! Los! Ja, sicher! Verarzt dich erstmal selber! Ich helfe dir! So, alles klar! Na also! Nur eine Minute! Fertig! Ausrücken! Die könnten sich jetzt auch einfach verbunkern und abwarten! Wir sollten auf jeden Fall zusammen losgehen! Was passiert, wenn jemand alleine losrennt? Das kennen wir ja schon! Haben wir jetzt hier auch schon gesehen! Am wenigsten laufen sie zu zweit rum! Das ist besser als gar nichts! Sind die Chancen doch recht gut! Es sei denn, da steht gleich wieder jemand um die Ecke mit einem Molotow-Cocktail! So wie bei mir gerade eben! Ich brauche Deckung! Nimm wieder so ein recht kurzer Ausflug! Na? Wo ist denn der Letzte? Da ist er! Und er hat einen Molotow! Das sieht wieder nach dem Unentschieden aus! Es sei denn! Wollte ich gerade gerade sagen, ey, hallo, dreh dich doch mal um! Der ist irgendwo hinter dir! Unter Garantie! Bums! Da ist auf jeden Fall schon mal in die Granate gerannt! Und? Die Runde endet in ein... Unentschieden! Ja! Au! Unentschieden! Das war auf jeden Fall ein komplettes Molotow-Cocktail! Zehn Leute dazu! Das heißt, wir haben jetzt 26 Überlebende! Das ist besser als nichts! Ich sage hier, danke fürs Zusehen! Woche 1 Tag 4 ist damit abgeschlossen! Ich hoffe, ihr hattet Spaß! Ich hab's auf jeden Fall! Wir sehen uns dann beim nächsten Tag wieder! Ich kann mich ausrüsten! Geil!